Oh, rutschig. Wetter kann man abgestellten. Der erste Tag gleich war übergang gemeistert. Mal gucken, ob ich am Morgen den Donnerstag noch besuche. Aber wenn das weiter so bleibt, komm ich nur durch. Ich bin der erste Tag. Ich bin der erste Tag. Ich bin der erste Tag. Wenn das so läuft, kann ich noch nicht zerfüße. Klar, den Kindern freut's. Warum meins? Man bricht durch das Ding auch nicht. Füttert er doch anders aus. Sehr zu kalten Stiefen, der das ist. So mal zu fachen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Also, es ist schon wirklich grenzwertig. Vollingwünsig. Der Schnee darf in Fässeln. Die Räder stoppen. Dabei, als wir die Räder stoppen. Das ist ja schön. Und jetzt kann ich ihn. Also, heute... Natürlich habe ich etwas von mir gefasst. Kein... Wurst du da? Doch... Es war aber... Guck. 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 Varsita, mag Varsita. Guck. Es gibt noch mehr Ruhe zu kommen, hier ist die Schäden, die Grieß. So ist das, wenn man halt nicht ganz fit ist und auch Füßklammeln ist. Aber ich will nicht, wenn man nicht beklagt ist, gibt halt die Schlimmerkanten sind als ich. So ist das, wenn man nicht beklagt ist, wenn man nicht beklagt ist. So ist das, wenn man nicht beklagt ist, wenn man nicht beklagt ist. So ist das, 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 wenn man nicht beklagt ist.